Was macht professionelles Immobilienmarketing eigentlich aus? Auf der Objektakquise-Seite, aber auch auf der Verkaufsseite. Also erfolgreich Immobilien verkaufen mit richtig gutem Marketing und Objektakquise ebenfalls mit richtig gutem Marketing. Und dazu habe ich einen sehr guten Kunden von mir eingeladen, den Anatoly Feldbusch von Feldbusch Immobilien. Und was ich an dir, lieber Anatoly, bewundere und wirklich sehr, sehr cool finde, ist, du hast einen sehr hohen Designanspruch, du hast einen hohen Qualitätsanspruch. Also was du machst, machst du wirklich cool. Stell dir doch mal ganz kurz vor, wo kommst du her? Ja, mein Name ist Anatoly Feldbusch. Ich bin Immobilienmakler mit Wow-Faktor mittlerweile, dank dir. Ich komme aus Neumarkt in der Oberpfalz und wir sind eben im Landkreis Neumarkt und Umgebung Richtung Nürnberg raus auch tätig und das Ganze schon seit 2017. Und jetzt haben wir gesagt, das gehen wir mal richtig. Sehr cool. Und Anatoly, lass uns mal wirklich ganz konkret über das Thema Marketing sprechen. Weil wenn ich draußen so beobachte, was im Markt wirklich passiert, dann sehe ich viel Unprofessionalität, ich sage mal teilweise so Handmade-Marketing. Was zeichnet denn jetzt gerade aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive das Thema Marketing, gutes, exzellentes Marketing eines Immobilienmaklers überhaupt aus? Ja, Marketing ist ja so ein großer Begriff, sage ich jetzt mal. Da gehört ja viel dazu am Ende des Tages. Wenn wir explizit über Werbung sprechen, hat man ja, sage ich mal, das Material für Akquise und dann eben auch für den Verkauf. Fangen wir bei den, in Anführungsstrichen, einfacheren Sachen an, finde ich zumindest. Das ist das Thema Verkauf. Da geht es einfach um richtig geile Aufnahmen. Fotoaufnahmen, die müssen sitzen, weil es ist ja keine Entscheidung, ob ich da draufklicke oder nicht. Das ist ein Impuls. Und wenn das Bild einfach geil ist und alles in Szene gerückt ist, dann ist die Immobilie einfach umso attraktiver. Ja, das muss nicht immer die zwangsläufig die Top-Villa sein. Es reicht ja auch ein ganz normales Haus. Ja, wenn man das aber richtig präsentiert, schaut das einfach cool aus. Ja, okay, aber jetzt sage ich vielleicht, ja, ist ja logisch, sagt ja jetzt vielleicht der ein oder andere. Aber ist es wirklich so logisch, lassen wir mal, wir plaudern jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ist das wirklich logisch? Nee, ist es nicht, ne? Ne, überhaupt nicht. Also das Einzige, was logisch ist bei denen, dass die vielleicht nochmal auf die Kette kriegen, irgendwie das Geschirr aus der Küche rauszuräumen. Aber sich da mal einen Fotografen zu holen mit einem Profi-Equipment, das ist bei den wenigsten logisch. Ja, also es ist ja schon in Anführungsstrichen höheres Level, wenn der Makler selber mal eine halbwegs vernünftige Kamera hat. Aber bedienen kann er es immer noch nicht, weil er fotografiert halt dann mit der Spiegelreflex auf Automatik. Ja, da kann ich gleich mit dem iPhone losschießen. Wenn ein Makler da draußen glaubt, er macht gute Fotos und überhaupt gar nicht, und sorry, ich muss es wirklich mal so sagen, gar nicht die Fähigkeit hat, unterscheiden zu können, was ist Schrott und was ist gut überhaupt. Ja, also hier geht es ja auch um Grundlagen, also um Wissen, ne? Also Wissen über die Grundlagen, was macht und was zeichnet ein gutes Foto überhaupt aus. Also ich hatte tatsächlich mal ein Erlebnis, noch gar nicht so lange her, da sagte wirklich einer zu mir, boah, guck mal, ich habe total geile Fotos und ich habe mir die angeguckt und ich bin bald gestorben. Ich habe gedacht, das kann nicht dein Ernst sein. Also es kann nicht wirklich dein Ernst sein, dass du glaubst, das sind coole Fotos. Oder? Kann ich total nachvollziehen. Krass, oder? Ich musste jetzt gerade schmunzeln, weil ich an mich selber zurückdenken musste. In meinen ersten Gehversuchen, sage ich jetzt einmal, man wollte natürlich professionell sein oder professionell, ja, als vielleicht die meisten anderen, auch mit Spiegelreflex-Kamera. Aber ich konnte mit dem Scheißding nicht umgehen, ganz einfach. Ja, ich habe da irgendwie 50 Versuche gebraucht und das Ganze dann irgendwie am PC nachbearbeitet. Da hat der Himmel schon fast eine grüne Farbe gehabt und das fand ich total cool. Wenn ich heute dieses Bild sehe, das erschreckt. Okay, also der erste Punkt ist erstmal, du musst einfach echt Fotos vom anderen Stern machen. Und du kannst aus jeder Immobilie, sei sie wirklich noch so schlecht, mit der richtigen Technik, mit den richtigen Grundlagenwissen, der richtigen technischen Ausstattung und natürlich dem Wissen, wie es wirklich geht, kannst du sehr gute Fotos machen. Ja, natürlich gehört ein bisschen was dazu, weil jetzt sind wir wieder beim, bin ich in der Lage, einen Verkäufer auch dahin zu bringen, mitzumachen, die Grundlagen zu legen. Da muss ich auch ein bisschen, ja, ich sage mal, fast dominant auch sein, ja, oder auch dem Verkäufer einen klaren Leitfaden geben. Okay, das ist Nummer eins. Wir haben jetzt immer mal, wir haben gute Fotos. Jetzt geht es ja weiter. Ja, so, jetzt glauben ja viele, Mensch, einfach so ein Exposé ist ja mal schnell gemacht, so husch husch, gar kein Problem, aber das machen wir ja nicht. Wie machen wir es denn? Ja. Was ist der Unterschied? High Level, sage ich jetzt immer, ja, also ein tolles, durchschnittliches Exposé, ein tolles, ja, da kriege ich Selbstausdruck als, im besten Fall als Ringbuch, im Normalfall vielleicht getackert, ja, oder in irgendeinem Schnellhefter. Damit sind die Leute ja zufrieden. So, jetzt kriegen die ein Exposé von uns, ein Hochglanzmagazin, gedruckt, in der Druckerei, ja, mit geilen Fotos, einer sauberen Beschreibung. Da ist alles drin, was der Kunde braucht. Alle Fakten auch, ne, alle Daten. Genau, ja, eine saubere Beschreibung, nicht nur ein paar Stichpünktchen, was meistens halt üblich ist, sondern einfach sauber beschrieben und dann kriegt er das überreicht. Und in dem Moment sagen die, ich brauche keine Exposé, ich habe es mir schon ausgedruckt, machen Sie mal die Mappe auf. Dann holt er das raus, macht es auf den Haus aus den Socken. Ja, die sind total begeistert. Ja, und da geht es natürlich einfach um Qualität und gar nicht, die Qualität des Exposés, die ist für mich mittlerweile selbstverständlich, aber ich finde, die Qualität des Exposés überträgt sich auch die Wertigkeit der Immobilie. Und das sieht der Kunde, ja, der Käufer an der Stelle. Und jetzt müsst ihr euch mal eine Sache vorstellen, nämlich erstens, wie viel Prozent, wie viel Prozent der Kaufinteressenten sind potenzielle Verkäufer? Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also, überleg mal, schreib mal in die Kommentare rein, was denkst du, wie viel Prozent der potenziellen Kaufinteressenten sind Verkäufer? Punkt Nummer eins, ja. Punkt Nummer zwei, das Exposé, wenn dein Prozess stimmt, wenn du richtig einen coolen Verkaufsprozess hast, dann ist das der erste wirkliche Touchpoint des Interessenten mit deinem Unternehmen. Ja. Oder? Ganz klar. Und ich glaube, du kannst es auch sagen, ne? Das ist also, wie viel Prozent so der Käufer oder Kaufinteressenten schwärmen von dem, was sie von dir bekommen? Ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber acht von zehn auf jeden Fall. Ja, und das ist wirklich originales Feedback, ne? Wo die Leute sagen, sowas haben wir noch nicht gesehen, ne? So, und da zeigst du natürlich schon deinen Expertenstatus, ja, und deine Genauigkeit, deine Professionalität und so weiter. Also das ist schon ziemlich cool, ja? Okay, das ist, sagen wir mal, jetzt geht es ja noch weiter, Portale und nicht nur eins, sondern eben auch mehrere. Wir reden ja hier von auf allen Kanälen, auf allen Ebenen, Outflow zu produzieren, ne? Also wirklich Outflow rauszuhämmern, im wahrsten Sinne des Wortes. und das in stylischer, edler, coolen Art, ja? Oder das, so können wir es eigentlich mal stehen lassen, ja? Okay, jetzt gehen wir mal auf die Objektakquise-Seite in Sachen Marketing. Da reden wir ja erstmal auch von Brand, ja? Was war, wie stellst du dich denn heute auf im Vergleich zu früher? So von deiner Brand her, wie machst du es heute? Von der Brand her muss man sagen, wir betreiben viel Werbung. Das Feedback, was ich durchwegs höre, von Freunden, Bekannten, ja, auch von den Kunden, ja, ich habe schon so viel bekommen, irgendwie hier mal ein Flyer, da ist mal ein Taxi vorbeigefahren, hier mal ein Zeitungsartikel, wie auch immer. Wir schreiben Imhotep einmal im Monat, die Leute warten zum Teil darauf und sagen, oh, diesmal kann man jetzt aber später in dem Monat. Es ist halt viel Outflow, ja, Expertenwissen, aber auch bei den Flyern, es muss halt einfach diese konkrete Call-to-Action auch geben. Nicht nur die Ansprache des Problems, sage ich jetzt einmal, sondern auch die Call-to-Action an sich. Und dieser Flyer, der muss halt trotzdem mit Liebe gemacht sein. Und das war früher halt einfach schwierig für mich, ja? Weil wäre ich so kreativ, wäre ich vielleicht Grafikdesigner geworden. Ja, und da hat es häufig einfach gefehlt. Man hat halt einen Flyer gemacht, okay, den Monat müssen wir wieder ein bisschen Werbung machen, hat die rausgedonnert und vieles war dann einfach für die Katz. Ja, und durch die Zusammenarbeit mit dir war das natürlich schon ein Gamechanger, dass ich dann einfach en masse Vorlagen hatte, mit denen ich dann arbeiten konnte. Wenn wir ehrlich sind, ich habe jetzt nicht alles eins zu eins aufgenommen. Ich bin halt meiner Linie dann irgendwo treu geblieben. Da sind wir auch mal so ein bisschen auch aneinandergeruckt. Aber das ist halt dann einfach ich, ja? Da fühle ich mich wohl in der Pose, auf dem Bild, wie auch immer. Aber dieses cleane, edle, das ist halt einfach wichtig und nicht irgendwie Hauptsache billig und massig. Das ist auch völlig cool, weil der Punkt ist, einerseits musst du damit natürlich klarkommen, aber es ist halt einfacher, oder du kannst ja mal sagen, wie du es siehst, es ist halt einfacher, wenn man etwas verändern kann, als etwas komplett neu kreieren zu müssen. Das ist halt der gravierende Unterschied, dieses komplett neu machen und immer wieder überlegen und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht die Tages-, also das Daily eines Maklers, sondern du hast so viele verschiedene Baustellen und wie cool ist das, dass du erprobte auf erprobte Dinge zurückgreifen kannst. Aber würdest du, oder sagen wir mal so, lass uns mal ein oder zwei Punkte rauspicken, wo du sagst, das sind entscheidende Punkte, die du beachten musst, damit Marketing wirklich funktioniert. Also zum einen die Qualität der Sachen, die du ablieferst, ja? Zum Beispiel, wie dieser Flyer aufgearbeitet ist, welches Papier wähle ich? Zum anderen natürlich auch die Schlagzahl und vor allem die Kontinuität. Ja, also das ist, glaube ich, so ziemlich das Allerwichtigste. Also selbst wenn der Flyer so mittelmäßig ist, wenn ich das regelmäßig und das heißt halt dann einmal im Monat oder wie auch immer an der Stelle oder alle zwei Wochen mache, ja, dann wird das langfristig zum Erfolg führen. Das Problem ist ja ganz häufig, wir fangen am 1. Januar, sagen wir, wir wollen abnehmen, melden uns im Fitnessstudio an, gehen drei Wochen hin, dann kommt irgendwas, dann schauen wir ins Spiel, ja, bringt alles nichts und brechen ab. Ja, und genau so ist es im Marketing. Man macht eine Aktion einmal, war vielleicht nichts oder nicht so gut, ein zweites Mal und dann sagt man, es bringt alles nichts, ich höre auf. Und das genau ist das Problem, weil man konzentriert sich nicht auf das Wie, wie geht es, anstatt auf das Was und dann funktioniert nicht und dann ist alles Kacke, ja? Also Kontinuität, Regelmäßigkeit, durchziehen, durchhalten ist sehr, sehr, sehr wichtig und nicht das Was, sondern das Wie. Also das heißt, du musst halt die Dinge so machen, dass sie wirklich auch funktionieren und vor allen Dingen, wenn etwas läuft, es weitermachen. Nicht ändern, never change a running system. Ja, genau, und nicht immer unterbrechen und erfolgreiche Aktionen stoppen und so weiter und so fort, ja. Das, denke ich, ist auf jeden Fall kriegsentscheidend für das Thema Marketing, ja. Und, ja, die Hülle auch, also du brauchst halt viele Touchpoints, nicht nur, weil viele verlassen sich ja auf eine oder zwei Sachen, oder? Ganz klar. Also die meisten Vermittler, und da ist es schon fast egal, ob ich jetzt einen Versicherungsmakler oder einen Immobilienmakler habe, die sagen, ja, ich mache keine Werbung, ich brauche das nicht, ich kriege ja so viele Empfehlungen, das läuft schon. Ja, aber das sagt man ja ganz häufig, dass so ein bisschen Hoffnungsmarketing. Ja, wer nicht stirbt, wer nicht wirbt, der stirbt, ja. Genau, ja, und das ist einfach der Punkt, dass ich sage, wenn ich nur von Mund-zu-Mund-Propaganda leben würde, würde ich vielleicht okay leben, ja, aber die Masse wäre dann tatsächlich nicht auf meiner Seite. Ganz klar, ja, dass ich sage, ich kann hier wirklich was bewegen, ja, vielleicht so ein bisschen was. Und dadurch einfach viele verschiedene Touchpoints, aber sich halt nicht lächerlich machen, ja, das ist halt so ein Punkt. Man kann es auch irgendwo übertreiben in unsinniger Werbung. Ja, letzter Punkt, letzter Punkt, wenn du eingesetztes Werbegeld, ja, also du siehst es ja auch als Investment, ja. Übrigens, was ist eine Investition? Der Einsatz von Geld, Zeit oder etwas anderem, um zu einem späteren Zeitpunkt einen Gewinn zu erzielen. Und das ist nichts anderes als Investment in Werbung, ja, in Marketing, in Objektakquise, nenn es wie es willst, ja. Was ist der Faktor bei dir? Eingesetztes zu Output. Ungefähr, das variiert so von den Aktionen, aber... Insgesamt all over. Faktor 10. Faktor 10. Also, man muss sich das vorstellen, aus 10 wird 100, aus 50 wird 500, ja, und es funktioniert. Kann man das so sagen? Das kann man nicht. Du musst es halt nur richtig machen, ja, und jetzt wieder bei dem Thema, nicht was, sondern wie, kontinuierlich, nachhaltig, durchziehen und das Ganze mit auch, ja, cool. Es muss halt gut sein, ja, es muss halt wirklich cool sein und das hast du wirklich cool gemacht. Du bist auf einem super Weg und euch da draußen können wir hier eine Sache sagen. Wer euch erzählt, ja, dass es nur einen Weg gibt, an Objekte zu kommen, nämlich zum Beispiel Kalterquise oder Empfehlungen, ja, dann baust du dein Business auf Sand auf und das darfst du einfach nicht tun. Ja, du brauchst Minimum drei funktionierende Ölquellen oder wie du es auch immer nennen willst, ja, wir nennen es eine Outflow-Maschine, ja, die funktioniert und das kann nicht nur auf einer Basis funktionieren. Deshalb nimm diesen Tipp mit, setz ihn um und in der Infobox kannst du gerne, wenn du mehr erfahren willst, ein kostenfreies Erstgespräch buchen und mach es wie der Anatoli, zieh es einfach durch. Umsatzsteigerung jedes Jahr 70, 80 Prozent, ja, wenn nicht noch mehr und am Ende des Tages, es funktioniert einfach. Das heißt, bei uns gibt es erprobte Systeme, Vorlagen, Checklisten, jede Menge Tools und Hilfe, die dein Business nach vorne bringen. In diesem Sinne, adeviderci und lass ein Abo da, nicht vergessen. Ciao.